ZWABO BUSS Jungs, wir werden alt. Ich hab schon die 34 gerissen. Demnächst heiß ich Kollege der Rost. Alter! Ja, manche von uns sind so alt, die kennen Graffiti noch als Höhlenmalerei. Alter! Genau. Und demnächst sehen wir uns alle im Alterheim. Ey, Herr Farid, Sie haben Ihre Pillen wieder nicht genommen. Was? Dann hängt mein Bizeps ja bald an den Kniescheiben. Ah, da kommt ja Greisi Eis. Was los, Digga, lauter! Ich sagte, ach, vergiss es. Der ist körperlich jetzt da, wo er stimmlich schon vor Jahren war. Kaputt. Herr SSIO, welchen Tee hätten Sie gern? Hackebutter! Ja, ich bin jetzt renitenter Rap-Rentner. Brauch keine Handeln, mein Entenfutter wiegt schon 10 Cent. Aber Haftcreme, früher war ich Schläger. Heute ist der Schlagstock, mein Gehstock, sagt der Pfleger. Yo, früher ging's um Blasen und Groupies. Heute nur noch um die Blasen, die du unter meinem Fuß siehst. Äh, ich hab keinen Text dabei wegen Mittagsschlaf. Wann gibt's Kaffee und Kuchen, wenn ich fragen darf? Na, ihr zwei Süßen. Wo geht ihr denn heute Abend hin? Schnauze, Opa! Hä? Wohin? Mom, Colle, setz dein Hörgerät ein. Die haben gesagt, in die Opa. Ha, die jungen Leute. So, ich geh den Jesus beleidigen. Meine Schmerztabletten hab ich ja schon genommen. Babobus. Babobus!